So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play 999. Beim letzten Mal haben wir Körper zusammen gepuzzelt und ein bisschen was über einen Kristall oder so erfahren. Ich weiß es nicht mal mehr. Ähm, der jedenfalls über das morphogenetische Feld anscheinend kommuniziert hat und sich so weitergebildet hat auf der ganzen Welt. Ich hab keine Ahnung. Wir machen weiter und wählen heute Tür Nummer 6 aus. Ich will durch Tür 6 gehen. Und, ähm, Center mit? Fragezeichen? Ich weiß es gar nicht. So. Das ist ein Problem. Warum? June spoke barely above a whisper, but that's the only what she said. Oh, das ist gut möglich. Dann müssen wir halt ein bisschen umpuzzeln, leider. Tut mir leid. Clover und ich haben Tür 1. Lotus und ich haben Tür 2. Das sind nicht genug Leute, um eine Nummer-Tür zu öffnen, aber. Tja, dann puzzlet euch mal zusammen, bitte. Danke. Die digitale Routen sind auch nicht zusammen. Wir haben ähnliche Probleme. June, Junpei und ich wollen durch Tür 6 gehen. Aber unsere digitale Routen ist 5. Wenn wir die Tür öffnen, brauchen wir eine 1. Was machen wir jetzt? So, rechnen wir mal bitte. Was kommt raus, wenn Ace bei uns mitkommt? Bei dem Rest. Ah, eventually Clover broke the silence. Warum gehen 7 und Lotus durch Tür 1? Mit mir. Ja, gute Idee. Äh. Leute. Macht einfach bitte. Danke. The first problem solved. Ace vocab, ja, Ace kommt zu uns, natürlich. Was über mich? Ist das nicht so obvious? Ja, sollte es eigentlich wirklich sein, meiner Meinung nach. War nicht nur eine der Teams, die nur schweigte, dass sie keinen 1 haben haben? Du meinst, dass ich das Team-Sanis-Team sein sollte? Ja, ganz richtig. Ja. Clover nodded, her face still cold and emotionless. Her attitude and posture could not have been more different than the energetic girl of only a few hours before. No one seemed ready to contradict her. Her response was understandable, given the horrible situation in which she had been found herself, but even so... Huh. I understand. I'll go through door 6 then. If we do as Clover has suggested, we can all pass through a number of door and no one will be left behind. Richtig. This seems to be the most reasonable solution. Seven, Lotus. What do you guys think? I don't have a problem with it. Me either. Alright then. We're good to go. See you later. Wait, Clover! Don't move on your own! Oh, I'll be going to them. Yeah. Be careful. We should get going as well. Das heißt aber auch, dass Clover diesmal nicht die Leiche von Snake finden wird. Niemand wird diesmal die Leiche von Snake finden in diesem Durchgang. Das ist mal was Neues auf jeden Fall. Das heißt, sie wird uns wohl auch nicht versuchen umzubringen. Wahrscheinlich. Glaube ich. Hoffe ich mal. Junpei Jun, Ace and Center, however, took the elevator to Edeck. Genau. Nach ganz unten. Mit dem Fahrstuhl, den wir mit Junior schon mal genommen haben. This is Edeck. There should be a door at the end of the hall. Alright, let's go. Center's Woods drove to them to action and they stepped out of the elevator into a long, straight hallway. Before long, they arrived in front of door 6. Here it is. You guys ready? Yeah. Then let's get to it. Panik Leute, Panik. Rennt um euer Leben. Wie immer. Hey, ich habe es gefunden. Es ist gerade da. Ja, das war ja mal ziemlich leicht. Holy shit. Ich glaube, so leicht ging es echt noch nie. Der hat nicht mal mehr Zeit für ein bisschen Panik. Leute, das ist doch alles, wofür ich lebe, für eure Panik. Es hat angefangen. Ja, es ist okay, Leute. Freut euch. Danke. Oh, ich glaube, ich glaube, ich werde immer noch nicht verwendet werden. Ja, will man auch nicht. Ich war richtig. Danke, die Zeit läuft jetzt echt schon zum dritten Mal. Danke, wirklich. Danke, 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 danke. Viel Spaß dabei. Ich glaube. Mit dem, der doom und gloom von bevor war es getan und der mood war etwas leichter. All right, los geht's. Mit dem, der attempt, der gut Humor hat, Junpei took a deep breath und begann zu walk. Das war sehr schwer. Das war sehr schwer. Das war schwer. Aber das ist nicht dicht. Aber es ist nicht. Der Schreiber zu schießen. him in his tracks, oh, it was gargantuan and made entirely of metal, none of the accents of wood are entirely seen in the rest of the ship, this room was purely functional but utterly tremendous, wow, what the hell is this? Das ist echt ziemlich riesig, mit dem Gegensatz zu vielen anderen Räumen, die wir bisher hatten, eigentlich allen anderen Räumen, die wir bisher hatten, so, and I got out a few words before us stole the rest of them, the rest were too stunned to offer anything more than gasps, this has to be the biggest room so far, the ceiling is pretty high too, ich stimme dir absolut zu, huh, could be two stories, maybe even more, this space could be utilizing the entire length of the ship, what's that huge Kamaboko-looking building in the middle? Jun pointed to the massive building in the center, Kamaboko? Heh, well, I guess that's as good of a description of it as any. Was ist das? Was heißt das? Hilfe! Jun and the others were standing on scaffolding that criss-crossed the whole area, the proper term was catwalk, to my thought, although that didn't seem particularly important. I see stairs, so we may as well head over to them. Yeah, but this section's barely wide enough to fit one person. You're right. Yeah, but it was the long iron staircase that made its way, eventually to the floor beneath them. Woah, you can't even tell the shape when you're this close. Let's check out the other side, too. They moved around towards the opposite side of the massive building, following the catwalk. They hadn't said much as they walked, but as they approached the building, they suddenly spoke up. This looks to be the steam engine room. The steam engine room? Yes, that thing that looks like a cross-section of a mushroom is the boiler. You see the three round doors near the bottom? Coal is put into those and burned, which heats the water, producing steam. Okay. Okay. The same thing that drives a steam engine. This one is simply somewhat larger. I see. It doesn't appear to be running right now. The entire room was as silent as a grave. Alright. Let's split up. Then, all of a sudden, Junpei heard a noise behind him. He turned just in time to see Jun collapse to her knees. Why now, suddenly? Hey! What's wrong? Are you alright? He dashed towards her and wrapped his arm around her shoulder to steady her. Hey! Jun! It was then that he noticed... Junpei! You... Oh, you're... You're really warm. Is your fever coming back? Yes. Yes. It probably is. But... I'm fine. Please... Don't worry about me. I just need to rest. And... I'll be fine. Her voice was weak and false and it said a great deal more than her words did. Okay. Okay. Here. Sit down. Careful. She let her head fall back against the wall as if she no longer had the strength to spot it and drew a wrecked breath. Thank you. Her eyes were empty as if she was having trouble focusing them and even speaking seemed difficult for her. Junpei filled his hand, balled itself into a fist and clenched tight as nuggets whitening. He had to find a way out and quickly... He turned and looked at Ace and Santa in turn. Ace? Santa? Yes. Right. They might not have shared the depths of his emotion, but they certainly shared his concern. Alright. Let's get started. Hang in there, Jun. I'm gonna get you out of here real soon. Bisher, gefühlt, merke ich vor allem, weil ich sie immer für die Thumbnails nutze und ich sonst irgendwie nie CGs habe. Gefühlt. Gut, egal. Gucken wir uns mal nach und nach hier um. Das könnte ein bisschen dauern. Fangen wir hier an. There's a pair of wooden boxes here. There's nothing in them. Gut. Noch nicht jedenfalls. Hä? Wahrscheinlich sollte ich sie ausbalancing oder so? Sieht danach aus, irgendwie. Some kind of Snowman secret meeting. Those are just bags full of sand. You use them as a counterweight, when you're lifting something with a police system. Ja, dachte ich mir. Man, you're too serious. Das sieht nicht mehr anders aus wie Schneemänner. Wirklich nicht. Aber wahrscheinlich sollte ich da irgendwie in den Kisten hier keinen tun. Na ja, mal sehen. This is a huge oven for the spoiler. There are three open areas in it. Each of the open areas has a gear in it. Kann ich aber was tun? This gets rusty, but it looks like it's still pretty sturdy. Super. Und was ist damit? A golden gear. It doesn't look like it was always golden like this. Well then, I imagine it was prepared, especially for this game. Das ist wirklich nur eine Rolle spiel auf irgende Weise. It looks like there's a door over here in this tunnel. The belt over there must deliver the coal, which is then picked up and thrown into this door. The door appears to be welded shut, however. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Sonst noch was? Halt da noch hin. Ja, auch zu dem Rädchen da hinten. Ah, das ist noch Silber. You think it's made of pure silver? No way. Silver's way too soft to use for a gear. It's gotta be a steel or iron gear that's been coated with silver. Shouldn't have called it a silver gear then. Shouldn't have got your hopes up. We were thinking you'd hold this thing back. Now, but I think Seven could probably carry it, don't you? These two columns are different from the others. The lights are red. Nein, die hinten. Aber ist in Ord. Ich hab wahrscheinlich das meinst. So, three sliders on the left are down, but this one is up. There are a number of lines engraved in these. I suspect we are meant to do something rather specific with them. So, but what of two moves it's a ladder down? Let's not hum and try again, I suppose. Well, wenn die wahrscheinlich gelb, die Lampchen, oder? Oder auch nicht. Anscheinend gar nichts. Gut, dann tun wir halt erstmal irgendwas anderes. Anscheinend. Attention. Kann ich nicht lesen. Okay. Das kann ich mir auch nicht angucken. Kann ich mir noch weiter nach oben, oder so? Ja, kann ich. Ich bin sicher, dass wir da... Ach so, dass wir da nicht rein sollten, oder? Oder doch? Where are we? Ja, wo seid ihr? You must be on the other side, yes? Ach so, ihr seid da drin und ich seh's noch nicht, oder wie? Okay. Oder sind wir auf der anderen Seite? Ach, wir sind auf der anderen Seite wahrscheinlich. At any rate, we should keep moving. There's a great deal we fear to investigate. Oder wo bin ich? Ich bin sehr verwirrt. Okay, ich bin anscheinend auf jeden Fall an einem anderen Ort. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. A ist in der Mitte, da ist B das C. Okay. There are a whole bunch of boxes in my way. I can't get through. Das dachte ich mir fast. They can't walk. More boxes, okay. I don't think we can go over there. Aber ich kann hier durchgehen auf jeden Fall, ne? Jetzt komm ich hier raus. Oh god, das ist schlimm gerade alles hier orientierungstechnisch. Alright, let's give this wheel a spin. Oh, what? That's weird. I don't feel any resistance. Gah. Oh shit. Ah, cool. Da haben wir ein Rädchen. Damit können wir irgendwas machen. Wahrscheinlich bald. I didn't break it. It broke all by itself. Und wahrscheinlich sollte es auch. Alles gut. Kann ich da so was machen? There's a couple of posts on the back of it that look like they fit into holes on the winch. Damn, no good. These little shafts are too small for this big hole. It's like throwing a hot dog down the hallway, to be honest. Was ist das für ein Vergleich? Ah, okay. That wheel wasn't originally part of this winch. And that means, dass ich jetzt etwas anderes nutzen soll. Genau. Okay, Boxen. Wie immer. Kisten. Weiter mit natürlich. Aha, da ist B. Weiter hin. Dann geh ich mal noch durch C. Komm ich auch wieder zum Anfang, denk ich mal. Oder wo bin ich jetzt? Auf der anderen Seite wohl. Kann ich das hier reinpacken? There's no wheel to turn. Vielleicht das. Aber... Was ist da rein? Es passt da wohl rein. Good work, Junpei. We should be able to hand. Hold up the wooden box now. Ja, mach. Ja, mach. Ja, mach. Ja, mach. Einfach. Ja. Holy fuck. What's this? What happened? This wheel only turns to the left. It only turns to the left. That means we can't reel up the rope. Aber runter. Is that auch gut, oder? Genau. Lass es einfach runter. Das passt dann schon. Also. I believe the Box has reached the floor. Yeah. He stuck his head out over the side of the catwalk and looked down. The box that had only recently hung just below the catwalk now is his head on the floor. It had come to rest near the end of the tunnel that covered the convoyer belt. Junpei could see her still leaning against the wall as if she barely had the strength to sit up. Even from so far away, it was not difficult to see that she had not improved. Improvised. Yeah, improvised. Genau. He almost thought he could see heat rising from her body. She doesn't seem to be improving. Yeah. Das haben wir auch gerade gesagt in unserem inneren Monolog. Well, of course not. She's not gonna just get better right away, you know. It'll take time. He tried desperately to convince himself that, oh, that was true. What could be causing this, I wonder? Illness, perhaps? Nah, it's gotta be exhaustion. She gets dropped into some weird ass ship, forced to play some messed up game. If you think about it, it's a lot weirder that we aren't freaking out just like her, you know? So you're saying we're abnormal? Yeah. We're just running around this room, solving all these puzzles, like it's just business as usual. Yeah, I mean, ich frag mich halt immer noch, warum müssen wir Rätsel lösen? Welchen Sinn hat das? Aber ob das bei June echt nur die Anstrengung ist oder sowas in die Richtung? Und ob das nicht irgendeinen anderen Grund noch hat, was es damit auf sich hat? Ah, ja, keine Ahnung. We're just guinea pigs. That's not in disgust. A guinea pig? You mean like a lab rat? You mean we're being used for some sort of experiment? Is that what you're saying? I don't know. Aber es scheint eine Möglichkeit, du weißt? Okay, das war's schon wieder damit. Ja, gute Frage. Ist das hier noch ein Experiment über das einfache Spiel an sich hinaus? Also die Rätsel an sich haben auch noch irgendeinen experimentellen Part an sich? Das wird dadurch irgendwie getestet werden, aber auf irgendeine Art und Weise. Ja, ich würde gerne da runter gehen, bitte. Danke. Kisten, die ich... Ja, hallo? Hilfe? Die Kiste? Control Panel for something. Ja, danke dafür. Some kind of machine. Maybe a Control Panel? Ja, vielleicht. Super, danke. Ah, dafür. Cute, you did it. Everything looks alright. Okay, but what do we do now? Why don't you press a button next to it? It's the orange one. Yes. Alright, I'll do that. Pushing. Und es macht irgendwas. Oh, yes, I think it just hurts something to learn. Ja, eine Menge sogar. Oh. What's that? What happened? Schau mal, look. It's like a firebelt is moving. A firebelt. Uhu, 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 uhu. Guck es da an, bitte. Well, I guess it's done moving now. There's still a bunch of coal on the belt, so. Vielleicht sollen wir die mal benutzen für den Ofen. Ja. Kohle, Kohle, ha? Kohle, Kohle, Kohle. Okay, man. Wir sind nicht mehr im Jahr 2010, 11, 12, irgendwie sowas. Holy fuck. Achso, ich soll die Kiste nehmen. Ja, gut, mach ich. Dann nehmen wir mal die Kiste und bringen sie hier hin. Kann ich da nicht irgendwie das reinpacken? Nein, kann ich nicht. Wohin dann? Oder soll ich da das reintun? Nein, soll ich das da reintun? Soll ich da mit irgendwas machen überhaupt? Ja, ich, ich soll's in den Ofen tun. Okay, ich hab's gefunden. Schön. So, this is where you put Colin to the furnace. That's right. I had to look at it earlier, but it's rusted shut, I'm afraid. Perhaps you should check, there's a side. Welche andere Seite? Die andere Seite? Die andere Seite? Ah, okay, die sind alle verrostet. Oder soll ich rüber gehen? Ach, das ist die andere Seite. Ah, ja. Orientierung ist super hier, wie gesagt. Immer. Ganz allgemein. Okay, let's do it. Rein damit. Oh, nichts passiert. Well, a man can dream. Schombay explain it to me again. You're planning to stoke the furnace with coal, which will heat the water sod up there and make steam, which will then drive something else. Am I correct? Ja, ich glaube schon. Hast du mir das nicht vorher erklärt? Warum soll ich dir das jetzt erklären? In other words, you want to generate enough pressure with the steam deposit turbine. And drive the steam engine, right? I guess that's the gist of it, I guess. Well, huh? Well, in that case, this isn't enough coal. This furnace is enormous. So we're gonna need a whole hell of a lot more coal than this. Very well, then. If the three of us work together, then we should manage to fill it much faster. I want to help, too. Du solltest dich echt ausruhen, glaube ich. Are you feeling up to that? Yes. Yeah, right. You look like you're one stiff breeze away from falling over June. I think you'd better rest some more, alright? But I... No arguing. You need your rest, so you just stay there. We'll handle this. Okay. I understand. I'm happy. Alright. Time for some manly work. Yeah! Männliche Stärke beweisen. Let's get this coal into those furnaces. Then, let's do it. We're three strong men. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Hello? Hello? Uh... Yeah, okay. Just continue. Man, this is a lot of work. Alright. I think this should be sufficient. Alright, now we just gotta light it. Jump by, help me your matches. What makes you think I have matches? Yeah, right. Then, how are we gonna light it? Perhaps there is a device nearby that will allow us to remotely ignite the coal. Let's take a look, shall we? Some sort of ignition device, huh? Aha. Eine wundervolle Idee. Eine wirklich wundervolle Idee. Eine wirklich wundervolle Idee. Second Voyager... Hilt mir nicht weiter, leider. I can't figure out how I'm supposed to light this thing. Jump by, have you thought about looking at the other side? You're right. Okay, machen wir das nochmal. Auf die andere Seite gehen. I don't see anything on the side that might ignite this thing. Okay, that's already the other side. It's a bunch of wooden boxes over here by the wall. I already looked through those. There's nothing there. Okay, okay, then not. Oh, now all the lamps are green. Or what? Is this... I think it might be. It probably is. I think this is how we might ignite the furnace. That means that if we move... Ja, mach doch einfach. So. Danke. Hey Jumpy Ace, look at this. This big gear is turning under the boiler here. Die goldenen und so? Ja, tatsächlich. Uh. Uh. Was? Scheiße? Hilfe? Rätsel? The gears. They are spinning. What the hell are you guys waiting for? Let's start looking. Ja, ich bin dabei. So, was haben wir da? Eine goldene Disc mit rot und blauen Linien. Ja, cool. Nächstes dann bitte. Ich dachte, die hätten beinahe dieselbe Farbe, aber offensichtlich nicht. Das ist kein Gold, tatsächlich. Schwarz, Rot, Blau. Die anderen sind auch schwarze. Die sind mir gar nicht aufgefallen gerade, aber... So, und da hinten noch bitte. Ja, geht da bitte rüber. Danke. Silver Disc. Was soll ich damit tun? Wo soll ich die jetzt einbringen? Und was für ein Muster? Ich meine, das Muster kann ich vielleicht noch erraten irgendwie, aber... Alles darüber hinaus. The Silver Disc. Es gibt ein paar Linien. Es gibt ein paar Linien. Aber die roten. Die sind wirklich aus, richtig? Die roten. Huh? Und hier? Es gibt ein Gold Disc. Es gibt ein paar Linien auf dem. Ich kann hier drei Farben machen. Hier. Red, blau und blau. Ich weiß nicht, was sie bedeutet. Ich weiß nicht, was sie bedeutet. Ich weiß nicht, was sie bedeutet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es war, wenn wir sie gefunden haben. Ich weiß nicht, wo es war. Ich weiß nicht, wo es war. Ich weiß nicht, wo es war. Warum? Warum ist Silber? Ja? Gucken wir doch mal bei den anderen vorbei. Dann sagt uns Jump Paper schon nochmal, wo die waren. Habe ich mir nämlich nicht gemerkt, tatsächlich. Intelligenterweise. Bottom left. Okay. Gold. Aha. Schön. Ja, dann denkt mal weiter schön. Und wo war die Bronze wahrscheinlich? Ja, okay. Es bleibt mir noch eine Möglichkeit übrig, aber ich gucke trotzdem nach natürlich. Und... Ja. Bottom right. Bronze. Wo soll ich das jetzt hinpuzzeln, ist die Frage. Das weiß ich nämlich echt noch nicht. So gar nicht. Ja. Ich in meiner Orientierungslosigkeit brauchte mal wieder einen Guide. Denn hier ist eine Treppe. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter gehen... Ist hier noch eine Treppe. Ich... Ich habe sowas von keinen Überblick über sowas. Tut mir leid. Und hier können wir das reintun. Und ich denke dann... Haben wir das auch schon geklärt an sich. Blablabla. Da reden nicht so viel. Und... Er macht das automatisch. Nein, achso. Es ist falsch. Deswegen. Ich weiß, wie es richtig ist. Blablabla. Aber wir können immer nur 2 tauschen. Okay, das ist ja trotzdem machbar. Oben muss Silber sein. Rechts muss Gold sein. Äh, links muss Gold sein. So. Sollte richtig sein. Dann... Ist es aber nicht. Weil... Die auch dabei gedreht werden. Werden die dabei gedreht? Ich bin verwirrt ein bisschen. Ach, weil die auch richtig gestapelt sein müssen. Weil das rote muss hier von... Oh. Ich bin verwirrt. Was ist der Unterschied? Ich bin grad echt verwirrt. Sehr, sehr stark darüber verwirrt. Weil das auf jeden Fall richtig. Ach, ich kann die drehen. Ja, sorry. Ich sollte vielleicht mal lesen, ne? Also das rote sticht besonders hervor. Laut... Der... Den Beschreibungstext. Schön. Gehirn... Groß. Ich Tutorial lesen... Nein, Tutorials lesen ist unnötig. So, und damit können wir dann wohl raus hier, ne? Ja, das sieht sehr stark danach aus. Dann war es das auch schon. You found it! Ja, der Raum war simpel. An sich... Würde ich mal sagen... Das hat mir jetzt nicht besonders gut gefallen, einfach weil... Es keine allzu interessanten Rätsel gab man immer nur nach. Eigentlich... War es nur Gesuche. Und nichts anderes. Given the circumstances, Junpei's happiness was certainly understandable. It seemed to share his excitement. Alright, Junpei. Why don't you go get Jun now? Santa and I will keep an eye on this door. Why do we need to do that? Even if it shuts, we know how to solve the puzzle now. We could just open it again. Well, I suppose that's true. Shall all three of us go and collect Jun then? Nah, I'm cool. I'll let Junpei handle it. So are you only interested in being contrary? Ace's side was the ear of a long-suffering parent. Ja, ich hab auch sowas gefühlt bei ihm manchmal. Alright. I'll go get Jun. I'll be right back. He gave a quick nod to Ace and Santa and dashed off the other stairs. Before long, he was back on the first floor next to the conveyor belt and Jun. Oh, jumpy! Ja, ich bin da um dich zu retten! Are you okay? He did his best to sound common and nonchalant, but there was no hiding the genuine concern in his voice. Yes, I'm fine now. I'm sorry I made you worry. Ja, solltest du auch. Jun blushed, wie immer. He wasn't sure if she was embarrassed or still feverish. Let me check. Just to make sure he reached out and put his hand against her forehead. Good. You're feeling a lot better. She was feeling far less warm than she had earlier, but still wasn't down to what seemed normal to him. Are you sure you're alright? He had to be sure. Jun gave him a look. Oh, you're such a warrior, jumpy. Oops, I mean, haha, warrior! Hahaha! Jun giggled. He wasn't sure if she just made a joke or not, but seeing her smile again made Junpei feel at ease. If she was well enough to smile and laugh, then she was really feeling much better. He gave her a friendly poke on the forehead. Alright, let's go. Go where? Oh, right. I didn't tell you. We got the exit open, so... Great! Let's go! Schnell weiter zum nächsten Raum. Oh, it's... Santa? Santa was sitting on the stairs. He was however holding something in his right hand and staring at it with a strange expression. Junpei and Jun slowed down and finally stopped in front of him. What are you looking at? Santa answered without looking up, his voice quiet. It's a photo. It's my sister. Ah, deine Schwester. Lass mich raten, sie ist verbrannt in einem Ofen. Sister? Santa, you've got a sister? Santa simply nodded. Yeah. Kid was cute as a button. Jun cocked her head, confused. She was only about an inch tall then? Santa glätted at her. Oh, sorry. I guess an inch is a little large for a button. Probably more like a half inch. Hm. Sorry. Why are you looking at it? He simply turned back to his picture and spoke. I was her Santa Claus. Wait, what? This sudden revelation took Junpei by surprise. He had no idea what Santa meant. He glanced at Jun, who shook her head. She didn't know either. Have you ever heard the story of the two Santa Clauses? It goes that a long time ago, there were two Santas. One of them wore white, and the other one wore black. The white Santa gave presents to good kids, and the black Santa played tricks on bad kids. It went on like that for a while, but eventually the black Santa's tricks started to get worse and worse. Pretty soon, the white Santa couldn't stand it anymore, and he stabbed the black Santa to death. When he stabbed the other Santa, the white Santa got blood all over his clothes. And that's why, these days, his clothes are red. He could say that red is all that's left of the black Santa. Junpei was silent. Junpei was silent. He could think of nothing to say. Junpei was staring at Santa, sat in his plane on her face. He continued... I wonder... Which Santa I am. The white Santa... The white Santa... The black Santa... Huh... Huh... The white Santa... There was nothing they could think of to say. What are you two doing? Let's get moving! Come on! Okay, okay, we'll come here. Let's go. Yeah. They nodded and followed him quickly up the stairs. Ace was waiting for them at the top. He was leaning against the handrail. He looked very tired. Ugh, you're finally back. Entschuldigung, dass es so lange dauert. Entschuldigung, dass es so lange dauert. Los geht's. Sie fassen sich vor einer dritten Tür. Es öffnet schnell genug, und sie passen durch sie auch. Ein neue Raum, vor ihnen. Wundervoll. Ein Lagerraum oder so. Ja, danach sieht es aus, auf jeden Fall. Nein, ich glaube, das ist der Fahrzeugraum. Das muss sein, wo sie all dieses Fahrzeug herstellen. Es gibt wochen Kraten, überall. Ich wundere, wie alt sie sind. Na ja, wir sollten wahrscheinlich mit dem Ausfall finden, oder? Los geht's! Ja. Fangen wir erstmal an. Ich würde gerne... Flowchart, Flowchart, Flowchart. Ich möchte gerne gucken, wo wir gerade uns befinden. Ich denke mal, wir sind noch... Ja, ja, wir sind noch hier. Hier kommt jetzt noch der Raum. Dann sind wir hier bei dem... Okay, okay, bla bla bla. Bla 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 bla! Unwichtig. Ich wollte es dazu geprüft haben. Natürlich sind wir noch lange nicht bei der Abzahlung der nächsten. Dann sind wir noch ein paar Becks hier. Ich wundere, was in dem... Ähm... Ist das nicht der... Neunter Mann? Ja. Okay. Was ist das? Es ist eine Karte. Es ist ein Hatschot. Es ist ein Hatschot. Es ist ein Hatschot. Ein Hatschot. Ja. Ich bin nicht wirklich sicher, welche Worte es möglich sein könnte. Super. Haben wir hier von uns allen Bildern, oder wie sieht es aus? Tatsächlich. Santa. Dann denke ich mal, müssen wir uns die Zahlen von denen irgendwie zu nutzen machen, um damit irgendwas zu machen. Genau. Was auch immer genau, halt. Ich sammle erstmal die ganzen Karten ein. Wie schön. Ein kleines Sammelkartenspiel für die ganze Familie. Uh. Aber langsam habe ich alle. Nein, noch nicht. Aber langsam, okay? Langsam, aber stetig. Hallo? There are three crates here stacked up like stairs. We climb up here. I think we can get over the fence. Jumpe, I think you could go take a look at that. Sorry, but no thanks. Why? I've got a bad feeling about it. Pussy. Okay, fine. I'll go. Please be careful, Santa. Yeah. Yeah. But just in case. Wait. What's he going to do with that screw? I don't see what throwing a screw at the fence is. Holy shit. Ah. Electricity running through the fence. Oh man. There is electricity running through the fence. Yeah, apparently. Looks like it. We can't go to the other side. Why we could jump off those crates, but we wouldn't be able to get back. Ah. Okay. Okay. Also, a one way way. These stairs. They go up three stories. What are you waiting for, Jumpe? Whatever I'm going. Yeah. I, I too. I'm here. Come back. This is the only door here. Except for the one we just came through. Okay. Offensichtlich not. Then it's the way. Yeah, okay. No shit, Sherlock. Oh, just the keyhole. Right under the door knob. Let's open this, though. We have to find a key. Yep. Okay. Then we'll do that next. Can I go up here? I can go up here. And here I can use the cards. Huh? This looks like it's covering something. Looks like some kind of little shutter. Maybe we'll open if we do something. What's gonna come out of it if it does open? Yeah. Like I know that. There are several lights here with numbers from one to nine. Only the light with a nine on it is lit. Can I do anything else or nothing? Well, there are six holes here. They look like jacks for headphone cables. Jacks, huh? Is there a way if we put something in them? Yeah. Something might happen. Okay. Maybe. Where can I put something in here? Can I put something in here? Maybe? No. Can I put something in there? Probably not. No. I can't do anything else. Okay. I'm going back. Someone toss off. I've got a green switch here and a red one and some kind of lever. None of them seem to do anything, though. No. Maybe the power is off. Yeah, maybe. There's a single green light on the bottom, so. That means... Keine Ahnung. Ah... Ah... Das heißt, ich muss hier nochmal hin zurückkommen. Auf jeden Fall irgendwann. Jetzt gerade noch nicht. Gut, ich gehe ja schon weiter runter wieder. Uns fehlen ja auch immer noch ein paar Sachen. Oh. Oh. It's locked. Ja. Ach so. Ah, ich habe Sachen. Jump right. Take a look at this. Cards. Okay. Eine weitere. Das sind jetzt schon sieben Stück. Oh. Wir haben hier Clover. Ja, pack doch rein. Okay, anscheinend nicht. Wie wäre es denn mit Santa hier rein? Ach, du brauchst jetzt mal alle neun. Okay, klar. Dann fehlen uns halt noch zwei. Mr. Cholzes Boxes. Okay, dann ist da nichts drin. Da sind noch zwei. Ha. Ja. Nimm sie mit. Okay, noch. Not cool, man. You took this picture without my permission. It looks pretty cool, though. You look really handsome in this picture. Hey, you knocked off, Laughbirds. Ich sehe nichts. What? Not a couple. Not at all. Not in any way. Ja, ja. Nein, nein. Gar nicht. Aber nur Punkt, Punkt, Punkt dazu. Ist doch schön, dass wir im selben Kasten lagen übrigens. Aber okay. It's Aces-Card. You look like some kind of European Lord. Oh, my headshot. You wanna see it? It's actually a pretty good picture. Oh, I don't need to see it. In fact, we really ought to get back to our search. Ach nein. Wir müssen unsere ganzen Bilder ausdiskutieren hier. Is that Snakes-Card? Yeah, you wanna see it? No, that's fine. Okay, dann nicht. Okay, dann ist das keine gute Trading-Card anscheinend. Schade. There's a picture of a lotus on this card. Man, her hair's ridiculous. It's like clay or something. It tastes a pot to the kettle. Yeah, ja. Nicht nur ihre Haare sind lächerlich. Nicht nur ihre Haare. Man, the girl in this card is one good-looking son of a bitch. Way more class than that other chump. What's that supposed to mean? Huh? What's your problem? I didn't say I meant you, did I? Shit. You know, looking at this photo, she's kinda cute, isn't she? Huh? What's up? Oh, nothing. Nothing at all. Why does the smile make me feel cold? What the fuck? Ich kann's mir nur gut vorstellen. This guy, this card is the ninth man on it. Den wir so gar nicht kennen, irgendwie. He's the best victim of the unknown in the game. I actually came to think of it. He was acting pretty weird. I wonder what the seal was. Er hat auch gesagt, er wurde von irgendjemandem verarscht. Man, irgendwie, glaube ich, es wird noch mal irrelevant werden, was in ihm passiert ist. Irgendwann wird es noch mal relevant werden. Das kann nicht so unsichtig gewesen sein. Wir haben nur neun Charaktere in diesem Spiel. Und einer ist direkt verreckt. Ich weiß ja nicht. So, da haben wir noch Jun. This must be... Oh no. Don't look at it. I'm not cute at all. I'm not photogenics. And I don't look sexy, alter. Oh doch, oh doch. Next to her, my skin looks gross. And I'm not sexy like Lotus. I know you guys go for women who like, look like Lotus. Also in diesem Spiel habe ich das Gefühl, dass alle Lotus hassen. Also, ich meine, nicht ganz vom Charakter her verstehen, aber auch vom Aussehen her. Das ist ein witziger und beleidiger als Reneier. But, 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 but I'm trying to. I'm doing so best I can. So please don't call me a bot or a trash can or a cutting bot. Oh Gott. Tue ich doch gar nicht. Wait a minute. I haven't said anything like that. Have I? Weißt du? Weißt du? Mach dir nichts mit dir Gedanken. Okay, gut. Jetzt haben wir endlich alle neun Bildschirmkarten. Wir brauchen nur diese Karten in die Schlotten auf der Front der Box. Du weißt, welches Karten in welcher Box geht, ja? Ja, natürlich mache ich es. Es ist wirklich klar. Wir matchen unsere Nummern mit den Nummern. Dann ziehst du das korrespondent Karten in die richtige Box. Also zum Beispiel, die Karte mit der Bildung von Ace auf der Box geht in die Box 1. Die Karte mit der Bildung ist in die Box 1. Oh, äh, ich verstehe. Huh? Was ist das? Jumbo dachte, er könnte es haben gedacht, aber er könnte Ace nicht haben. Ich lasse das restliche an dir. Hey, warte! Was ist falsch mit ihm? Das frage ich mich auch. Oh, well. Whatever. Time to solve the 9 Boxes puzzle. 9 Cards with pictures in 9 Boxes. Jump based at Sam for a moment and then began. Ace's Card is in Box 1. Snake... I just need to do the same for the rest. And finally the 9th man's card in Box 9. Und öffnet sich alles? Natürlich, also hatten wir recht mit allem. Da frage ich mich immer noch, warum Ace so komisch reagiert hat. Ich dachte schon, er hat irgendwie uns mit seiner Zahl belogen oder so, aber das geht ja auch nicht auf dann im Endeffekt. Ja! Oh, sie öffnet sich! Also keine Ahnung. Sie peereden sich. Was denn? In jeder Box war ein einziges Pin. 9... Pin? Ja. Sie sahen ein bisschen wie Swing-Pin, aber viel dicker. Ich glaube, ich nehme sie mit mir. Ich weiß ja, wo sie reinkommen. Und zwar oben bei diesem komischen Terminal da. Auch wenn wir nur 6 Slots dafür haben. Das heißt, wir müssen dann mal gucken, was genau da rein muss. Aber das können wir dann gleich herausfinden vielleicht.